Den Jungen hätten wir fertig, warum? Oh, du bist jetzt. Bist du nicht glücklich, dass deine Mutter jetzt auch Gemüse mag? Hm, ja, ich denke schon. Was ist los? Stimmt etwas nicht? Naja, jetzt macht meine Mutter jeden Tag Gemüse. Das wolltest du doch, oder? Nö, jetzt gibt es ständig diesen Salat nach eurem Rezept Tag und Nacht nichts als Salat. Deine Mutter ist ziemlich extrem, oder? Ich weiß, ich habe auch euch gesagt, dass ich Gemüse mag, aber selbst ich habe nun die Nase voll davon. Ich will nie wieder Gemüse sehen. Ich will etwas Fisch. Die Jugend von heute. Oder nee, die Jugend von damals. Es ist ja nicht heute, es ist ja damals. Ah. Ich habe mich schon gewundert, warum der jetzt noch hier draußen steht und noch nicht fertig war. So. So. Und da. Okay. Okay. Und da gibt es auch so viele Bindungen. 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 Und gerade erst, wenn es dann heißt, Finale, Finalskapitel, dann werde ich auch die Nebenmissionen, die noch fehlen, auf jeden Fall suchen. Vielleicht auch die Freundschaften endlich maximieren und so. Das werden wir immer nach und nach machen. Ich komme zum Arbeiten. Wer ist denn schon wieder Kapitelende? Was ist hier los? Was ist hier? Hm? Hä? Hä? Saito? Was ist hier? 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 Aber ich habe es mir nicht gesehen, was ich nicht so. Ich weiß nicht, dass ich die Begrüßle, um die Begrüßleut werden zu nehmen. Aber ich weiß nicht, dass ich das Bedeutel getrennt habe. Ich verstehe was das Bedeutel. Sie werden erstmalig in der Zeit, was ich zu verletzen. Der Begrüßle ist in der Bedeutelung. Du auch. Der Begrüßle ist der Begrüßle, bitte für mich. Das war's für heute. schenzen guni macht jagd auf iso er wurde in einer spielhülle in rakuka gesichtet nichts ich glaube ich brauche hier noch so ein extra tisch für für mein toaster und so so ja 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 Das war's für heute. Omanzaito, wenn ihr von hier aus zu der Spielehöhle geht, wird der Feind euch bemerken. Bitte nähert euch vom Pfandhaus aus. Pfff. Alvinso. Ich bin mir gekommen. Ich bin ein wenigstens. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich nicht in diesem Kampf geholfen. Was ist der 6-Jetre? Ich habe mich nicht nur auf die Hände. Ich habe mich nicht anstrengen. Ich habe mich nicht anstrengen. Du bist schuldig, Suszuki. Du bist auch nicht der Dermak. Du bist nur ich. Was? Du bist! Was? Du bist eine neue Gruppe! Ja! Du bist wieder! Ich bin mit meinem Lichtschwert hier. Du bist eine neue Gruppe! Ich bin über die Gruppe. Ich habe es angefangen. Ich werde auch gehen. Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Was ist das? Nein! Nein! Te... Te... Was ist das? Einer weniger von uns. Ich glaube, du musst sehen, du. Ich glaube, du musst sehen. Ich glaube, du musst sagen, du kannst dich nicht mehr überraschieren. Heute ist es eine große Veranstaltung. Ich glaube, du kannst dich nicht mehr überraschieren. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird ein harter Kampf. Ich kann mich nicht ernst nehmen mit diesem Schwert. Das war's für heute. 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 Oh nein, was? Jetzt? Ohohohohohohohoho. Oh! Alter, was war das denn? Ich muss mal eben was zu mir nehmen. Au! Oh, dunkles Schwert habe ich bekommen. Hecho, du bist. Hecho, du bist. Ich verknall. Ich habe dich in Ordnung. Ich habe nicht gelehrt. Okada Iso, wo kongi yonjin ote ni kaketa scho gyou no ka Zononmichisai wun manu war Masu Oyu tsuori da Sollakotchi no seri fuda Iso a kolosazum ni tolera elun janaka Suzuki ni ta ni Ja, ich habe auch zwei. Wenn wir hier nicht, dann gehen wir auf die neue Runde. Wenn wir hier nicht, dann werden wir die neue Runde nicht verletzen. Das ist der Nächste nicht so schwer. Wenn wir hier wieder gehen, dann wir hier wieder. Wir haben auch eine Gefahr und die Kageguchi. Wenn wir uns auf die Stadt verletzen, dann wird die neue Runde nicht mehr so schwer. Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Fynn. Ich sage das, was ich immer noch einen guten Schweren zu sagen. Ich will mich nicht mehr so töten, dass ich diesen Mann nicht mehr so töten würde. Ich will mich nicht mehr so töten. Was ist das? Ich bin der Kiondo-Voggiung. Ich bin der Kiondo-Voggiung. Ich bin der Kiondo-Voggiung. Voggiung? Ich bin der Kiondo-Voggiung. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum hast du das, was du zu töten? Ein Mann, der Saito Haji-Mei, ist derjenige, was er. Ich will nicht mehr, wie viele Taniya-Suzuki. Hast du mir versucht? Mach es nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ich habe immer noch mit Zuzo gesprochen. Das ist nicht so. Wenn ihr da noch etwas geholfen habt, wenn ihr hier inte so dieselben verdient. Wenn ihr Dinger und der Niemann haben, dann kommt der Kiste an. Also ist es ein Lorbeer-Nehl. Wer die Neue zu erweitert, solltet ihr das an dir nachher schauen. Was sie für Wien wäre so? Wie sieht innerhalb des ZAO aus dem instantanieren aus? Verstehen Sie das? Was ist das? Was ist es, der Vater? Nein, es ist Tossa. Was ist Tossa? Der Tossa ist, dass der Tossa von der Tossa, der Yama-Uti-Yoh-Doh-Koana hat. Ich werde den Tossa auf dem Oka-Dai-Zo erinnert. Was will ich die Tossa auf dem Tossa? So, ich weiß nicht, dass ich es nicht genauer contar. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Aber Yama-Uti Yoh-Doh ist, dass die Tosa-Kinnoo-Towel zerstört. Was ist das? Warum ist das so? Die Tosa-Kinnoo-Towel ist ein Mann von Tケchi-Han-Peyta. Er hat sich schon seitdem, dass die Tosa-Kinnoo-Towel in Edo war. Er hat sich in der Zeit, dass sie die Tosa-Kinnoo-Towel-Towel-Towel haben. Aber es ist die Tosa-Kinnoo-Towel, die Tos-Kinnoo-Towel-Towel-Towel zu tun. Der Tosa-Kinnoo-Towel ist mit dem Kich-Han-Peyta. Er hat sich mit dem Kich-Han-Peyta. Der Schaub ist der Kinn-Nur-Ton, aber auch der Kinn-Nur-Ton. Der Kinn-Nur-Ton wird auch die Kinn-Nur-Ton verletzt. Ich bin sicher, dass ich hier ein Kinn-Nur-Ton habe. Ich glaube, dass ich hier ein Kinn-Nur-Ton habe. Auch wenn ich nicht der Kinn-Nur-Ton habe, der Kinn-Nur-Ton habe. Bacana... ...それじゃあ... ...俺がしたことは...